hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute geht es um das heavy metal duo turkey vulture aus connecticut diese haben den track old nick über das ghost card magazine veröffentlicht der song stammt aus der kommenden ep time to pay die am 31 juli veröffentlicht wurde von frau jesse may kommentiert dieses lied handelt von leben und der legende des delta blues musikers robert johnson es gibt die geschichte die jeder gehört hat wie jeder kennt dass er seine seele an den teufel verkauft hat als gegenleistung für seine fähigkeiten als gitarrist aber wie auch immer man das sehen kann johnson's leben war kurz und tragisch johnson wurde 1911 in mississippi geboren und die tragödie begann damit dass zwei seiner frauen bei der geburt starben inklusive der babys johnson selber starb 1938 unter ziemlich unsicheren umständen im alter von nur 27 jahren zeitgenossen spekulieren dass er von einem eifersüchtigen ehemann einer damaligen freundin vergiftet wurde aber niemand weiß wirklich was wirklich passiert ist und niemand weiß wo er begraben liegt während seines kurzen lebens war johnson nicht berühmt oder irgendwie bekannt außerhalb der gebiete in die er gereist war um zu spielen aber obwohl er es nicht mehr erlebte wurde er als einer der einflussreichsten gitarristen des 20 jahrhunderts bekannt das war es auch schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen da schreibt was in die kommentare oder abonniert unseren kanal bis zum nächsten mal macht's gut